Hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxim. Ja, wir laden jetzt wieder öfter Challenges hoch. Bei Longboard-Videos haben wir jetzt schon sehr viele gemacht und wir haben jetzt Challenges vernachlässigt. Ja, wir machen jetzt die Challenges und haben hier einmal China-Chilisauce scharf. Und wir haben Peperoni 2 von 3 Challenges stärken. So. Dann machen wir jetzt mal auf die Challengesauce. Ja, dann, wenn nichts auskommen soll. Wir fangen jetzt an. Also, so ein bisschen auf den Löffel drauf. Boah! Boah! Oh! 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 Boah stinkt ey! Mach die Beine! Mach die Beine! Oh mein Alk! Boah scheiße! Ich kann nicht mehr! Nein! So! Papierroni jetzt! So! Die Soße war echt hart! Ne! Kann ich mir nochmal zeigen? Alter, dein ist für kleiner! Guck mal wie groß du meinst! Warte, das ist ungefähr gleich viel was wir haben, ne? Oh, ich mein gleiche! Hahaha! Ah! 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 Wir haben beide nur die Hälfte gesichert, also bei der dritten Runde hat jeder nur einen halben Punkt. Wir können nicht mehr... Gleichstand! Deswegen machen wir jetzt schnick schnack schnuck! Eins! Schnack! Nein! Maxi wird mit Socken abgeworfen! Klickt auf den Bildschirm, wenn ihr es sehen wollt! Abonniert uns! Liked dieses Video! Wenn ihr sehen wollt, wie Maxi mit Socken abgeworfen wird! Die sind gefüllt mit Erde! Die sind gefüllt mit Erde! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der n 뉴�elijk bleibt!